Der Künstler des 2011.09.2045 Schlagen ist leider nie gelohnt, aber heute darf ich mich schlagen und möchte mich auch schlagen und zwar zum Ritter. Herr Stefan, Sie haben uns nach 20 Jahren in den in den ehrenamtlichen Kursstand gehen. 25 Jahre aus und ab. Ich bin auch schon sehr, sehr lange dabei. Offiziell in der Bank seit neun Jahren ungefähr. Und ich habe dann immer freie Hand gelassen in meinem Agieren für den Berliner Verband. Es war eine sehr gute Arbeit mit daran zusammen gewesen. Und wir kommen einfach mal zu dem. Was soll ich sagen, möchte ich zum Ritter schlagen? Und zwar. Wir haben uns mal was einladen lassen, dass wir dir ein schönes Abschiedsgeschenk machen lassen. Übrigens, man muss kein Pokal. Pokal hast du nur zuhause. Ja? So. Nun kommen wir einfach mal an Ihren Zuschauer. Ja? Ich versuche das mal mit meiner Hand aufzumachen. Stefan, du bist heute zum Ritter geschlagen. Ja? Und wenn du schwerst, wenn du zum Ritter geschlagen wirst, das ist dann deins. Ja? Das ist dann dem zukünftigen EU-Präsidenten, Stefan Zeche. Und das ist für dich. Und das ist für uns in Ihren Arbeit. Muss ich jetzt bitte einmal kurz wie Kiel. Ach. Oh, lieber Gott. Hoch, Junge. Ich hab dir das mal im Internet mal herangeguckt. Also, das ist dann möglich was sein. Wenn du mit der Ritter geschlagen wirst, aber ich bin tatsächlich fast von der falschen Seite aus. Ich muss sagen, Stefan, das Schwert ist sehr, sehr stark. Also, Vorsicht. Ich hab mir doch zuhause einladen. Ach, ja, gut. Das sind die Besten. Denken wir auf deiner Seite aus. Ohne Schneider. Da gibt's noch mal. Ohne Schneider. Wuhuuu. 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 Dann machen wir noch ein Applaus für den Schäden. Ich mach' einen riesen Applaus für den Schäden. Danke. Danke.